Was musst du denn diesmal bringen? Ah ja, Vollhammer. Geil. Oh ja, alle, alle scannens. Ja, das sind die ehemaligen PAKE-Typen. Also der PAKE-Clan. Eigentlich Klan, weil du ihn noch kennst. Nee, ich nicht. Ich bin da nicht so affin. Die Rieger, die waren sehr erfolgreich mit Bili und die haben halt nur Flamer gespielt. Wie die KTM-Typen haben die halt immer Flamer gespielt. Ja, wir müssen direkt rüber, ne? Ich auf die Brücke. Ja, lasst mich auf die Brücke gehen. Also das von hinten. Von mir ist das die Gefahr nicht so groß, dann zu flippen, ne? Denk runter. Beide. Oh, jetzt hab ich den der Weg genommen. Oh, sorry. Nee, echt jetzt. Oh, warte, kann ich mich ausdrehen? Ja, ich glaube, wir müssen dem Gegner fahren, dass er etwas abschießt. Jetzt. Okay. Was ist denn da schon? Shit, ich bin ja nicht gewandelt. Aber warum? Egal. Ja, wir hatten einen Malheur. Der eine ist im Wasser drin. Du musst es nochmal abdrehen. Mhm. Du hast den nicht erheben können. Geht's halt, ne? Wenn ich gleich Klock habe, gehe ich ran. Okay. 2, 3 Sekunden noch. Bin dabei. Jetzt ist er in die Waffen geklaut. Scheiße. Okay, der liegt aber so gut wie. Der eine ist fast raus. Der andere ist auf die anderen. Ja, der zwei ist fast raus. War der. War die Stark. War der. Der ist noch. Voll dabei. Ja, und ich hab den Gang verloren. Entschuldig. Wir waren halt schlecht aufgestellt mit Pork. Das ist natürlich Mist. Mei. Ich kenne ihn auch nicht. Fünf Schuss. Das reicht nicht mehr. Das war's. Auch schade. Ich geh halt auf den Play-Man. Ich spüre es euch. Die gehen jetzt auf Spinnen. Passt mal auf. Hast du? Na, glaube ich nicht. Ich glaube, die bleiben genau zu ähnlich. Na, okay. Hast recht. Mit einem Pork kommen sie bei. Mit Doppelflash. Junge. Will auf Nummer sicher gehen. Ja, sicher. Sicher. Ich schau über das Kett über die Brücke. Ich schlopste da runter. Ey, schick die Haare ab hier. Das ist ja was der Wahre. Einer könnte hier auch über die Brücke fahren. Und den einschnappen. Ich logge auf der Brücke. Nice, Alter. Du bist alleine gerade? Lass den nicht entkommen. Nein, den haben wir. Den in der Mitte. Aber der Rest kommt jetzt halt auf den Auran. Okay, nimm du den. Ich. So. Wir müssen schon da auf Thanatos. Jetzt kriegen wir mich von hinten. Ich muss mich umdrehen. Ich muss gar nicht. Hast du den Thanatos? Ja, jetzt habe ich ihn. Ja. Kleine Waffe mehr. Ich lasse ihn liegen. Ja, okay. Hau zum nächsten. Auf der Brücke ist einer auf der gegnerischen und hinter, hinter. Ja, habe ich auf der Brücke hier. Gut, sehr schön. Achso, okay. Wird ich bitte zu dir kommen, Tom? Ja, Tom hat ihn auch. Kannst du halt den einen holen, der da rumliegt. Weil ich glaube, was gehen hier. Das wäre jetzt eine Sekunde gewesen. Die ist mehr gebraucht, Schöckle. Dann wäre er weg. Aber der hatte keine Waffen mehr, deshalb. Ja, ist egal. Aber solche können dann auch den Sieg nachher kosten. Ja, halt. Hier, der Spinner. Hier, der Spinner. Hier, der Spinner. Und jetzt zwei Dock. Ja, ein Dock. Die Spinner ist eh gehaft. Ja. Dock muss raus. Ich denke, der Dock wird zu lange warten, bis wir an einem Gegner dran sind. Dann kommt er von hinten. Müssen wir uns da gegenseitig supporten. Warum gehst du auf die Brücke oder wo gehst du lang? Ja. Dock ist gerade unter der Brücke. Hier ist die Dock. Dock auf mir, Leute. Ja, und ich bin nur. Die Dock war auch noch auf mir. Nein. Ach, Mann. Warum nimmt mir keiner den Dock hier weg? Ich glaube, der Spinner ist fast da. Ich bin auf dem Dock. Die Pork, die kommt gleich noch. Zu dir. Ja, Pork ist halt noch voll. Der hat nur eine oder andere, aber es reicht. Ja. Reicht auch was. Oh, wenn du in den Helios spawnen kannst? Ja. Oh, der ist knapp. Oh, nice. Nein. Oh, die Pork ist weg. Ich habe ihn gekriegt. Aber jetzt sprengt sich halt einer von denen, ne? Schuss. Und Schuss. Das ist gar nicht gut. Da ist er. Oh. Alter. Ich habe die Nutzung gemacht. Oh, Junge. Ja, der Schuss auf die Helios. Der hat mir das Game gewonnen. Der eine. Oh, egal. Auf Wiedersehen, boys. Ja, der Schuss aufgerufen hat. Ja, der Schuss hat es auch sehr gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.